Hallo ihr Lieben, das ist mein Schmeier, Pater Apoltsch, Beziehungscoach und Psychologe, diesmal wieder aufgrund der Themen Dating, Zingung und Liebe. Ja, ein Thema, was auch immer wieder gefragt worden ist, ist so, dass ich mal was sage zu der Netflix-Doku über den Fall Amber Heard und Johnny Depp. Die haben sich ja gegenseitig mit Verleumdungsklagen überzogen, vor allem ausgehend von Amber Heard erst mal und ist ja zu diesem spektakulären Gerichtsprozess gekommen, den ich kann ja nur sehr empfehlen, also den ich wirklich, ich habe keine Sache, glaube ich, jemals in meiner YouTube-Karriere so minutiös verfolgt, habe stundenlang Material gesichtet und in viele Videos verarbeitet, die ihr ja auch alle noch finden könnt auf meinem Kanal, auch diese ganzen psychologischen Gutachten und alles, was es da gab, also ja, wirklich spannende Sache und ich habe mir jetzt die ganze Doku angeguckt, sind da so drei Folgen und ja, muss tatsächlich sagen, hatte gehofft, da wäre irgendwas Neues dabei, für mich war absolut nichts Neues dabei, also ich habe alles schon gesehen und ich meine, ich hätte auch zu allen Sachen, die da gesagt worden sind oder fast allen, habe ich auch was in den Videos gesagt, die ich schon hochgeladen habe, hat sie auch überhaupt kein neuer Eindruck jetzt für mich ermittelt, ist ja jetzt auch schon ein bisschen her und wenn ich da jetzt so drauf zurückgucke auf die ganze Geschichte, kann ich eigentlich nur eins sagen, ja, haltet euch raus aus toxischen Beziehungen, ich meine, das ist ja jetzt, glaube ich, keine Frage, dass das eine ist und hat alle Ingredienzien davon, auch alle Ingredienzien, wie sich das aus einer Sicht eines Mannes darstellt, der da drin ist, also das ist wirklich in jedem Aspekt ein ganz typischer Verlauf, aber extrem, weil wenn du natürlich das so lange machst, wenn du so lange zusammen bist wie die und wenn du auch noch reich und berühmt bist und, weiß ich nicht, dass einfach so viel Potenzial da drin und man sieht einfach, wie zerstörerisch diese Beziehungen sind, dass wir eigentlich beide leidtun müssen, die in solchen Beziehungen sind, dass diese Beziehungen nur das Schlechteste aus einem rausholen, also es ist ja auch, das ist, ich sage ja auch immer, eigene Spielfläche sauber halten, aber wie kann man in solchen Beziehungen, wenn man so lange zusammen ist, das schafft man irgendwann nicht mehr, weil toxische Beziehungen, die zerrütten dich, die zerrütten dich und man macht selber immer mehr, wird immer mehr unter Druck, wird vielleicht selber irgendwann ausfällig und oder versucht sich irgendwie zu dämpfen, dass man das alles, ich will das alles nicht mehr wahrhaben und schießt sich vielleicht ab oder nimmt Drogen oder ich weiß nicht was, das lässt sich alles gar nicht, ich meine, man sieht ja auch in diesem ganzen Prozess, wie schwierig das ist, so eine Beziehung so juristisch aufzuarbeiten, aber es geht ja auch gar nicht um die Beziehung, sondern es ging halt um die Verleumdung und ja, im Großen und Ganzen hat Johnny Depp das ja für sich entschieden, soweit ich das jetzt meine ganz persönliche Meinung, wenn ich jetzt Juror gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, ja, hätte ich glaube ich ähnlich entschieden, er hat ja auch nicht zu 100% gewonnen, er musste ja auch ein bisschen, also er hätte theoretisch auch ein bisschen was zahlen müssen und dann haben wir gehört, ich glaube, sie ist zu 10 Millionen verdonnert worden, er zu 2 Millionen, letzten Endes haben sie sich aber geeinigt, dass sie nur eine Million zahlen musste, ich glaube, es ging ihm auch gar nicht um Geld, sondern nur darum, ja, was ich auch verstehen kann und was er auch erreicht hat und was er, glaube ich, irgendwo auch gut gemacht hat, so, ja, aus dieser Hölle rauszukommen, dass er jetzt so der einzig Böse ist und er ein Monster ist und so und es ist gut, dass er sich gewährt hat, ne, das ist auch, kann ich dir immer wieder sagen, wenn du es irgendwie belegen kannst, dass so Vorwürfe gegen dich haltlos sind, dann ist es auch richtig, dich zu wehren und nicht nur einfach den Kopf in den Sand zu stecken und, ja, Sachen nur sicher gehen zu lassen und so und heute sind wir ja auch in einer Zeit, wo auch anerkannt wird, dass vielleicht der ein oder andere Mann auch häuslichen Missbrauch erlebt und auch mal unter die Räder kommt und das ist, glaube ich, gut so, ne, also beide Geschlechter können sich schlimm verhalten und das müssen wir jetzt auch nicht aufwiegen, versuchen vielleicht einige aufzuwiegen, welches jetzt das bösere Geschlecht ist, ja, Männer haben mehr Testosteron, was häufig mit mehr Gewaltbereitschaft einhergeht und vielleicht haben Männer jetzt rein geschichtlich gesehen, haben vielleicht viel mehr gemacht, mach alles sein, aber wenn man also mal so heute guckt, ich meine, das wird einem jetzt keiner genau sagen können, wie viel Prozent Missbrauch geht vom Mann aus, also wie viel bei häuslicher Gewalt, wie oft ist es der Mann, wie oft ist es die Frau, wahrscheinlich sind es immer noch, gehe ich mal von aus, mehr Frauenopfer werden, aber ja, das gibt es eben auch manchmal andersrum und das ist da, glaube ich, gut belegt worden, was ich, wie ich das gesehen habe, was ich immer noch krass finde, dass er sich da rechtfertigen musste, obwohl sie wirklich nichts, also fast nichts wirklich Substantielles vorbringen konnte gegen ihn, was so körperliche Übertritte angeht, er musste sich rechtfertigen, obwohl sie auf dem Tonband zugegeben hat, dass sie ihn geschlagen hat, das erinnert mich auch an die ein oder anderen Geschichten, die ich so in meiner Tätigkeit erlebt habe, wo auch Männer mal zu mir gekommen sind und sagen, Mensch, das kann ja nicht wahr sein, meine Frau schlägt mich, ich weiß gar nicht, was ich machen soll und gibt es halt auch, ne, also insofern, also das fand ich schon bemerkenswert, aber es war einfach auch super interessant, weil das mal einmal, dass man wirklich einmal so reingucken darf, da kann man den beiden eigentlich nur danken in so eine Beziehung, diese Dynamiken, auch diese psychologischen Aufarbeitungen von vor allen Dingen der einen Gutachterin da, weiß ich nicht mehr, wie die hieß, die Blonde da, fand ich wirklich total faszinierend und famos und wie Einblick dazu, wie diese Gutachten erstellt werden und wie geguckt wird, ob jemand vielleicht falsche Sachen aussagt und wie versucht wird, an Diagnosen zu arbeiten, um da was rauszuziehen und, ja, und was man ja auch nicht vergessen darf, dass sicherlich beides tief verletzte Menschen sind, sehr wahrscheinlich beide in ihrer Kindheit vor und zurück traumatisiert und, ja, beide stecken auch in ihren Mustern und, ja, trotzdem, es ist halt so in der Welt so, wir müssen immer für alles scheiß Verantwortung übernehmen, ne, das, was wir machen, trotzdem gebührt natürlich immer jedem Mitgefühl und dass so dieses ganze Social-Media-Gericht da vor allen Dingen so auf Amber Heard niedergegangen ist und der ganze Hate, das ist natürlich auch nicht richtig so, ne, ich meine, klar, sie hat sich da wirklich teilweise echt krass dargestellt vor Gericht, aber, ja, trotzdem, weiß ich auch nicht, irgendwie muss dieses Social-Media-Ding muss ich irgendwie mal, irgendwie muss man da mal wieder ein bisschen von runterkommen, glaube ich, weiß auch nicht, das ist einfach too much und teilweise, es wird ja auch so ein bisschen angedeutet, ob da Leute Kampagnen gefahren haben gegen die Social-Media-Kampagnen mit Bots und so und das wird sicher alles noch viel mehr kommen in Zukunft, da müssen wir echt aufpassen, dass da nicht Leute uns manipulieren mit Social-Media-Kampagnen und, ja, keine Ahnung, aber das ist ein anderes Thema. Aber, ja, und, ähm, ich meine, was mir auch noch hängen geblieben ist in der Doku, dass jemand sagte, sie war einfach ein schlechter, schlechte Zeugin, das muss man einfach sagen, also sie wirkte einfach derartig theatralisch, äh, aufgesetzt, im Gegensatz zu ihm, der auch sehr authentisch rüberkam und, ähm, sie ist ja auch, äh, teilweise krass, ist der, der, der Lüge über, also überführt worden, ich erinnere mal nur an dieses, Farbenset, äh, mit dem sie angeblich ihre, irgendwelche blauen Flecken übermalt hat, was es dann aber noch gar nicht gab zu dem Zeitpunkt, wo sie es angeblich eingesetzt hat und das sind natürlich Sachen, ähm, aber das kenne ich auch aus Fällen, wo Männer, ja, scheinbar mehr im Pluspol sind oder scheinbar mehr in der Opferrolle sind, und, äh, dass auf der anderen Seite dieses krasse Lügen und ich könnte mir auch, könnte auch wetten, dass Amber Heard gar nicht das Gefühl hat, dass sie krass lügt, ne, dass sie irgendwie denkt, dass das, ähm, das kann man sich vielleicht schlecht vorstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass das, manche Menschen lügen einfach so instinktiv und, ähm, keine Ahnung, also ich kann mir vorstellen, dass, dass sie innen drin das immer noch so sieht, wie sie es ja dargestellt hat, dass sie das Opfer ist und, ähm, ja, ja, was soll man dazu sagen, also ich, wenn ich das so angucke, ich kriege richtig einfach Gänsehaut, ich meine, ich hatte ja auch so meine Chaosbeziehung in meinem Leben und ich denke nur immer wieder, wie gut, dass ich da raus bin und, äh, ich möchte wirklich jedem helfen, da rauszukommen und, weil, äh, das passiert einfach nur Mist in diesen Beziehungen und, ähm, man konnte aber auch sehen, auch da Ideen bekommen, warum man die führt, wegen dieses ganzen Dopamins, weil man eben, äh, diesen, diesen Dopamin-Lifestyle höher wertschätzt als so einen friedvollen Lifestyle, ne, wo du einen Seelenfrieden findest und was nämlich häufig auch dran liegt, dass eben, äh, ja, dass man eben das wieder, sucht wieder zu beleben, unbewusst, was man in der Kindheit erlebt hat, wo man eigentlich denkt, das ist das Letzte, was ich wiederbeleben möchte, aber irgendwie versuchen immer wieder die Kindheit wieder aufstehen zu erlassen, im Guten wie im Schlechten und wenn wir eine schlechte Kindheit haben, dann eben das, äh, obwohl wir eigentlich denken, wir wollen nichts mehr als davon weg, aber man sucht unbewusst immer wieder diesen Stallgeruch und dieses, das Gehirn kann ja auch, äh, in so einer Kindheit, in so einer dramatischen, also Kindheit mit viel Drama, kann das Gehirn auch da schon so richtig abhängig werden von, von Dopamin und diesen ganzen Neurotransmittern und Hormonen und Stresshormonen, dass man das irgendwie immer wieder sucht, so, ne, bis man es mal gerafft hat und sich da, deswegen mach die fucking Kurse, kann ich nicht mal mehr sagen, also in der Rückschau ist bei mir noch mehr Mitgefühl wirklich, dass ich einfach denke, ey, oh, was ein, was ein Scheiß und, äh, auch interessant zu sehen, was wahrscheinlich ganz oft ist, aber was man immer so denkt, dass Promis da irgendwie vielleicht Gefeiter vor wären oder das ja nicht würdig hätten, aber, ne, vielleicht bei vielen Promis das Gefühl ist noch, noch viel schlimmer, diese toxischen Beziehungen noch viel krasser und, ähm, ja, also, es ist echt, echt krass und, ja, mir ist auch noch aufgefallen, wie, wie schlecht ich auch ihre Anwältin fand, ne, ich weiß nicht, die ist einfach auch so unsympathisch vorgekommen und wie dieser Typ da von dem News-Magazin da hochgenommen hat, dass sie auch nur ihre 15-Minuten-Fame sucht, also, während sie ihm das auch vorgeworfen hat, das, das fand ich auch in der Rückschau wieder so lustig und, äh, ach, das war echt schlimm. Also, was man auch wieder sieht, ist, wenn man tatsächlich meint, es ist dir irgendwas vorgefallen und du möchtest das, willst du den juristischen Weg gehen, dann sollte man wirklich es belegen können. Belegen können, äh, Handfeste, auch Beweise dafür haben, natürlich, du kannst nicht, also, vieles, was wir erleben, werden wir nie beweisen können, da ist mir schon klar, es passiert viel Mist, der nie irgendwo belegt werden kann, aber, ähm, ich glaube, man begibt sich echt ein gefährliches Terrain und das hat sie, glaube ich, auch gemacht, wenn du jemandem was vorwirbst, was du dann in keinster Weise, äh, belegen kannst und alles wird auseinandergenommen vor Gericht, das ist, glaube ich, ja, trotzdem heißt das natürlich nicht, dass es ein Johnny Depp einfach war, ich meine, der auch, äh, offensichtlich viel Suchtmittel zu sich genommen und das macht ihr natürlich auch nicht zum einfachen Partner, ähm, aber gut, das haben sie ja auch, das hat sie ja scheinbar zumindest teilweise auch gemacht, aber es war ja auch kein Prozess über ihre Beziehung, sondern über diese Verleumdungen und, ähm, ja, also insofern, äh, macht ihnen das bestimmt jetzt auch nicht zum einfachen Partner oder so, aber es ist wirklich interessant, also für mich ist diese Beziehung, wie die sich so dargestellt hat, ist sie wirklich eins zu eins genau, wie diese, eigentlich wie die Mails sich vorlesen, nur alles noch so multipliziert, auch dieser, dieser magische Start, wo sie sich da in der Dusche kennenlernen am Set und sie haben einen Filmkurs, aber aus diesem Filmkurs wird irgendwie ein richtiger Kuss und, äh, und, äh, und sie ist ja auch, sie hat auch das, was, ähm, viele Männer, die in toxischen Beziehungen sind, immer so beschreiben und gegenüber dieses Verführerische und, ja, also, diese wahrscheinlich so eine Love-Bombing, also vielleicht auch von beiden, so eine Love-Bombing-Phase am Anfang, äh, und dann dieser ganze, ähm, diese, diese Fantasiebeziehung, die sich dann so entspinnt und dann trifft die Fantasie aber auf Realität und unverarbeitete Traumata und alles geht komplett aus dem Fugen, es ist eigentlich genau wie, wie eure Altersgeschichten, die ihr mir immer schickt, nur eben auf der Star-Ebene so, aber es ist eigentlich nichts anders, es ist nichts anders, ne, und das ist einfach, das ist eigentlich krass, ne. Was ich auch finde, und das habe ich in Deutschland auch erlebt, ähm, ich finde, das Justizsystem wird echt unterschätzt, also ich finde, die leisten so eine wichtige Arbeit und klar kann das, äh, heißt Recht nicht immer Gerechtigkeit und sicherlich gibt es falsche Urteile, das ist überhaupt keine Frage, aber, ähm, ich halte den Bereich häufig für viel kompetenter als viele Sachen, die so vorgelagert sind und, ähm, ich glaube, es gibt wirklich keinen Berufsstand, der mehr mit Toxic zu tun hat als, als Familienrichter und Richterinnen und Staatsanwälte und Verteidiger und, äh, die müssen sich diesen ganzen Scheiß jeden Tag reinziehen und da rechts sprechen und, ähm, tut mir leid dafür, aber es ist gut, dass es das gibt und, ähm, ich glaube, die haben, man denkt mal gar nicht, wie viel Erfahrung die so damit haben und Sachen schneller durchschauen können als, ähm, viele andere Menschen, glaube ich. Aber gut, die Richterin muss das ja auch gar nicht entscheiden. Haben wir die Geschworenen gemacht und, ähm, ja, ach, ich bin immer noch so erkältet, sorry, tut mir leid, ja. Also insofern, äh, ja, es ist interessant, das nochmal zu sehen, aber, ähm, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich fand das so spannend, weil diese Originalquellen alle mal durch, ich hab wirklich jeden Tag, eine Stunde lang diese Sachen reingezogen und, ähm, es ist einfach spannende Sache, aber das dann, das kam mir auch am Schluss, dass dann immer noch, ähm, Leute sagen, das wäre jetzt Schlag ins Gesicht für, für Opfer, nee, das ist ein Schlag ins Gesicht für Opfer, wenn Leute sich als Opfer darstellen, die so in dem Sinne gar nicht Opfer sind, so, ne, das ist ein Schlag ins Gesicht und was ich auch spannend fand, dass da nochmal von so einer Opferorganisation einen Brief vorgelesen wurde, die gesagt haben, ey, haben wir gehört, das kannst du echt nicht machen, so, ne, dass du, erweist uns wirklich einen Bärendienst. Aber, was ich auch nochmal gerne sagen möchte, so verständlich, dass es hier auch ist und so gern man auch, äh, das Opfer gerne finden möchte, kann ich natürlich nur, also aus psychologischen, spirituellen Gesichtspunkten, möchte ich hier nochmal ganz deutlich sagen, versucht euch zu entfernen von dieser Täter-Opfer- äh, Gesichtspunkten, von diesem, von dieser Unterscheidung, ich weiß, die Welt ist besessen davon, äh, Täter und Opfer zu identifizieren, ne, vor allem Täter zu identifizieren und ich kann das auch verstehen und das war bestimmt auch ganz lange ganz wichtig, aber wenn wir so nach vorne gehen wollen, müssen, das habe ich ja auch in meinem letzten Buch hier ausführlich thematisiert, wir müssen uns von dieser 3D-Ebene, wie das heißt, das ist 3D-Ebene, das ist eigentlich synonyme Täter-Opfer-Ebene, und wir müssen uns davon lösen und uns so spirituell irgendwie erkennen, dass, dass alles, ähm, ja, das, wie soll ich mal sagen, äh, hätte ich fast gesagt, dass alles einen Sinn hat, weil ich will jetzt nicht sagen, wenn du irgendeinen Scheiß erlebst, kannst du beim Film auch sagen, macht für mich überhaupt keinen Sinn, also das ist auch, auch total in Ordnung, aber wir müssen uns lösen davon, äh, habe ich ja auch schon mal dem Lindemann-Video, ich weiß jetzt nicht, welches ich zuerst hochlade jetzt, äh, habe ich das auch schon gesagt, äh, wir müssen uns wirklich lösen von dieser Schweiß-Weiß-Perspektive, weil, also meinetwegen, vielleicht wirst du Opfer in einer Beziehung und hast aber vorher vielleicht schon vom ersten Date an alle möglichen Red Flags, äh, nicht erkannt, so, ne, oder, oder ignoriert, nicht erkannt, nicht erkannt, geht ja noch, aber komplett ignoriert, ne, und, und, ähm, hast dich in einer, wo du eigentlich weißt, dass es eine gefährliche Situation ist, immer weiter selber drin gehalten, so, das ist natürlich immer noch so, dass derjenige, der irgendwas tut, ist da komplett für zuständig und hat die komplette Verantwortung, so, ne, das ist klar, ne, du bist nie dafür verantwortlich, dass dich jemand schlecht behandelt, aber du hast auch eine Selbstverantwortung, dass du vielleicht zu lange drin bleibst und vor allen Dingen immer wieder die gleichen Situationen aufsuchst, ne, also, sagst du ja auch jemand, der wirklich auch Näschen hatte für, ähm, problematische Beziehungen früher, oder so, äh, und wirklich, ich hab mir auch super schwer damit getan, das abzubauen, aber, denke ich, bin da ganz gut vorangekommen, aber klar, mich geht immer weiter, aber wir müssen wirklich diese Ebene mal verlassen und sehen, ähm, okay, was, was gibt's da drüber, sozusagen, weil, hör ich auch immer wieder von Zuschauer und Zuschauerinnen und so, dass die sagen, hey, kaum war ich mal in der Beziehung, wo ich der Minuspol war, hab ich selber angefangen, Scheiße zu bauen, so, ne, das ist, äh, also, man glaubt gar nicht, wie schnell man so von einer Seite auf die andere wechseln kann und kriegt das vielleicht gar nicht mit, so, und deswegen ist es so wichtig, beides zu bearbeiten, die Opferanteile in uns, die Täteranteile in uns, das alles aufzuarbeiten, dass wir es auch gar nicht mehr anziehen, diese Beziehung, und, äh, dass wir uns da lösen, also, wir müssen irgendwann mal wegkommen, von diesem immer die Bösen, äh, suchen, das ist ja auch so eine Obsession gerade, ist ja, also, seit der Partei da gar nicht aufgehört, seit dieser Pandemie, diese, ich weiß nicht, ob das in euren Social-Media-Kanälen auch so ist, diese ganzen Verschwörungsgeschichten und die Erde ist flach und die Mondlandung hat nicht stattgefunden und, äh, den Papst gibt's nicht und, äh, nein, die Inder sind auch nicht auf dem Mond gelandet und die, wir müssen damit mal aufhören, diese ganzen, immer irgendwo, irgendwas zu wittern, äh, weiß ich nicht, immer, äh, irgendwas von außerhalb zu suchen, irgendwelche Mächte, die uns beschränken oder ich weiß nicht was, sondern einfach mal, ja, unser eigenes Leben in die Hand nehmen und nicht immer wieder diese, diese Kraft abgeben, so, ne, ähm, und uns über Sachen aufregen, die einfach hier für unseren Alltag einfach überhaupt keine Relevanz haben und wir uns auch nicht helfen, dass wir irgendwie bewusster werden oder, äh, unser Leben verbessern oder so, ne, sondern, wie wir das Leben häufig noch beschissener machen und noch frustrierender und, ähm, also wir müssen, es geht wirklich darum, was wir uns gestalten kommen, äh, und dass wir diese Täter-Opfer-Ebene komplett hinter uns lassen, egal in welcher Position, ne, da kann ich nur nochmal wieder für plädieren, so, ähm, aber, ja, irgendwie scheint gerade alles, ähm, die Welt mal wieder so ein bisschen still zu stehen und nicht so richtig voranzukommen, aber, keine Ahnung, vielleicht wird es ja gleichzeitig schlimmer und besser, hoffe ich zumindest, dass es auch besser wird, ähm, und in diesem Sinne würde ich sagen, könnt ihr mal schreiben, was euch noch aufgefallen ist, was da vielleicht neu war, oder, wenn ihr noch Fragen an mich habt, also, es gibt glaube ich keine Geschichte, wo ich tiefer drin bin, dann frag mich gern, was auch immer, unter dem Video, vielleicht mache ich da nochmal was dazu, aber lasst es erstmal so stehen, in diesem Sinne, macht die Folge in Kurse und wir sehen uns bald wieder, ciao ihr Lieben. Musik Musik Untertitelung. BR 2018